Der ist bei meinen Kisten, du gehst nicht in die Luft. Nein! Meine Kiste! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tackles mit dem TGW Und dem Davido Reif jetzt, Reif Gut, und wir haben uns gedacht Ja, wir sind jetzt schon mehrere Folgen Fast drei Folgen, glaube ich, mittlerweile In dieser Höhle drin haben wir uns gedacht Ja, wir buddeln uns jetzt einfach Warte, das Eis nehme ich noch mit Mach das Ähm, buddeln wir uns jetzt einfach nach oben Und gehen dann nach Hause Sorry, dass es jetzt hier ein bisschen dunkel wird Fackeln brauchen wir eigentlich nicht, denn ich bin halt gerade einfach eine Treppe am buddeln Mehr ist das gar nicht Ja Während er noch die Treppe macht Hole ich mir schon mal Das Eisen, was ich nicht mehr aufnehmen kann Was braucht man weniger? Furious Ore oder Kingston Ore? Äh, Tungsten Ore Kingston Kingston, kenn ich Was ist Kingston Ore? Ein Tankston Ore Ja, Tankston Ore eben Was ist das? Wie sieht das aus? Dieses schwarze Das brauchst du überhaupt nicht Und im, im, weniger als Furious Furious Ore weiß überhaupt nicht, wozu man das braucht Hab ich auch noch nie gebraucht Das ist also beides unwichtig Ah, ich bin in eine Höhle gestoßen Einfach mal Iron, oder? Gut, da ein bisschen Nicopoliit noch Ich hole noch schnell hier die Das Kopper Nein, wir werden nicht wieder die ganze Feuer drin bleiben Drei Viertel Ja, ich bin ja gleich oben Aber ich muss hier noch das Kopper holen Ah, aha Und das Tin Denn später Denk ich dann Oh Mann, warum hab ich nicht mitgenommen Und Kohle Nein, die nehm ich jetzt nicht mit Kann's sein, dass die die ganze Zeit nur irgendwie Sich Dinge nehmen Wer? Na, schau mal in den Chat Schon wieder hat sich einer Low-Volt Das ist doch so langweilig, wenn man cheatet Na, vielleicht machen sie es so, dass sie Ja, um nachzugucken, wie die Rezepte sind, oder was Nein Nein, ich nicht Da schon wieder Der Palenésür gibt sich das, Mann Der Palenésür Du bist, wo hast du dich jetzt hochge... Ah, da Aber ich hab die Sachen Also ich hab... Da gibt sich ja immer irgendwie sowas Und wir können ja gleich mal gucken, ob die die Sachen auch benutzt Können ja mal gleich mal bei dem aufs Grundstück gehen Aber vielleicht macht er es Du hast da wieder Kopper liegen lassen Ja Ja, ein Stück, zwei Stück Konnte ich vielleicht nicht mehr aufschauen, oder Hab ich das nicht abgebaut? Nein, nicht abgebaut Ach so Ja, hätte ich dann jetzt auf dem Rückweg gesehen Nein, ich gehe erst nicht noch auf die andere Seite Daher ist gleich Eisen angrenzend Das nehmen wir jetzt auch mit Ach, Eisen gefunden Ach, das war das, was du gesehen hast Okay Ja Oha, ist das viel Es geht noch bis hier hoch weiter Gut, äh, machen wir weiter? Ich bin noch schon dabei Schon wieder auf Eisen gestoßen Schrecklich mit uns, ne? Was willst denn du jetzt hier? Du störst die Arbeiten Ich will das Kopper Das kriegst du aber nicht Hier ist kein Kopper Hier ist Eisen Was ist das? Orange Mein Kopper? Wieso? Hör doch mal auf jetzt! Ich will wieder Eisen Junge, Junge, Junge Lass mich weiterbauen, ich habe nicht die Spitze Ja, war auch die Spitze Und ich habe die Dierspitzhacke Ja, ich war auf jeden Fall logisch, dass es mit der Dierspitzhacke Hast du keine andere, was? Ja, dann lass mich! Warum? Ja, damit die Dierspitzhacke nicht zu schnell kaputt wäre Es wissen, du wären genug Diamanten Man kann nie genug Diamanten Ja, wir haben aber Da kannst du nichts dagegen sehen Aus Gold kann man sich immer wieder neue Diamanten machen Sei nicht so geil Ja, stimmt, ich habe ja schon 8 Minuten im Schad 9, mittlerweile sogar Und aus dem bin ich ja schon bei der Erde Da, ich bin draußen Und anderer Schader, wuuh Wuh Man, jetzt hat Oha, wir sind 434 Blöcke von dem Eingang entfernt Okay, schön Ich hoffe nur, dass wir auch genug vom Spawn wechseln Du bist wieder kein Ding setz Du bist in die genau andere Richtung gelaufen Ich habe jetzt wieder keine Ding setzten Ich habe jetzt wieder keine Ding setzten Ding gewollt Äh, jetzt muss das Waypoint 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 Wie nennt sich der? Hölle Eingang Weißt was, wir verstecken Der Eingang Es wird Nacht Ja, wartet jetzt Wehe, es macht wieder jemand einen Tag oder so Oh, das Essen hat ganz genau gereicht Das ist nicht so viel Schnee Schnee? Nee Gut Äh, Gema Was hat der gerade da gesagt? Hat der gerade etwa Gema gesagt? Hast du ein Waypoint beim Spawn? Ja Darf ich vorgehen? Nein, ich habe ja auch einen Ach so Aber nur ob ich Nein, nur ob ich abhauen kann vor dir Also dass du Aber wir sollten zusammenlaufen Weil es wird dunkel Nee, nee Was machst du, wir machen gleich wieder Tag Links von dir Ja, dann beeil dich halt ein bisschen Ja, dann gib mir noch einen Chart, bitte Ein Chart Hat der einen Chart? Neun Chart Ich habe jetzt neun Chart Okay, dann gib mir einen, bitte Ich brauche nur noch einen einzigen Mittlerweile zehn Ja, vielleicht finden wir auch einen Wenn man keinen finden, dann gebe ich dir einen auch Du läufst dich falsch Ja, aber da war ein Zorn, weil ich will einen Chart haben Warum den Chart? Nichts, aber ich brauche sie unbedingt Ja, unbedingt Du bist du erzähl Ich bin weitergerannt Dann ist es nicht wahrt auf dich Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich einen Chart gezogen Verdammt, ich bin bei jemandem auf dem Grundstück Der kann mich erst killen Dann gehe ich da außen herum Ja, ich bin aber schon über den Zaun gehüpft Da ist ein Zombie Und? Ja, ein Chart Oh, H2-Skelette Wenn das mich jetzt noch killen würde, ey, das wäre Nein, ich habe einen Enderman geschlagen Ich habe den geschlagen Aua, hilf mir! Achso, das bringt nichts Du musst dich zweistigen unter die Erde graben Was muss ich? Was muss ich? Du musst dich zweistigen unter die Erde graben Zwei unter die... Hinter der... Oder geschwimmen, geschwimmen, geschwimmen! Aua, uch! Geschwimmen, ich bin unter Wasser Ich bin unter Wasser Da kann natürlich nicht Drei Herzen Ist der weg? Nein, der kommt wieder, aber du musst unter Wasser bleiben, weil dann kann er dich nicht kriegen Ich will aber zu meinem Grundstück Ja, dann... Ab Der stand hinter dem Skelett, weil sich totgeschlagen hat Dann war das tot, das... So blöd! Wenn der in die Luft geht, bin ich tot Ja, dann bleib weg von mir Das war so schlimm Nein! Ja, ich hab jetzt... Die Erfahrung! Ich hab inzwischen... Nein! Ich hab inzwischen meine Schad Na, der Enderman scheint mich erst in Ruhe zu lassen Was hat der da gebaut? Eine Antenne? Oder... Nein, das ist ein Windmühle Hm, nein, das sind Solar Pendels Das ist da oben, da ist aber so windmäßig drauf Ja, dann sind es Windmühlen, die bringen aber nix Warum auch immer, der die gemacht hat Der hat auch schon ein netter Portal Ja? Palisür Hm Alter, die haben halt... Was machst du bei mir? Wieso bei dir? Das ist Palisür Ja, ich weiß Äh, ich mein nicht bei mir... Ja, aber hör auf... Oh, hat das schon viele Solar Pendels Die hat das die ganze Zeit ercheatet Der kann dich total... Achso Der kann mich mal Ist der überhaupt on? Nein, der ist nicht mal on, wir sind nur wir beide Ja Ein Generator Der hat sich die Solar Pendels Doch alle ercheatet, hast du doch im Chat gesehen Ja Ja, vielleicht Ist das egal, oder? Ist doch voll langweilig Scheiße Ja, uns ist das egal, aber Ist das übelst langweilig, wenn man so spielt Zwei, drei Spinnen! Hilf mir! Ja, jetzt bin ich schon weg, sorry Na, ich hab sie eh schon Ich hab aber nichts mehr zu essen Ich regge nicht mehr Ah! Boah, da sind wir viel zu viele Monster Ich komm niemals lebend nach Hause Soll ich dir Geleitschuss geben? Ja, bitte Boah, jetzt wollen wir wieder zurück... Wir wollten übrigens unsere Diamanten teilen Ja Ich komm einfach mal zu dir Nein, bleib bitte hier, ich hab genug Rösten Ich bin doch nicht mal zu mir gekommen Ja, warum kommst du zu mir? Ja, weil ihr könnt nicht so die Gleitsche... Bleib stehen, ich bin hinter dir Ja, sag das doch Ja, das machen wir aber nicht über Wasser Ja, wir gehen zu dir Wie viele Dias hast du denn? Wie kälte ich? Was? Ich hab... 13 Okay, dann passt eh Nein, Spaß, ich hab 15 Dann muss ich dir eh einfach nur einen einzigen geben Ja Geh du vor Hast du was zu essen dabei, zufällig? Was schmeiß ich jetzt am besten weg? Zwei Spinnenaugen Vorsicht hinter dir, Creeper! Creeper! Dusch Hey, cool, der geht noch nicht mal auf mich los Hast du dich immer noch deine ganzen Sachen dabei? Ja, ich bin noch nicht so... Mein Grundstück ist übrigens nicht ausgeleuchtet, ne? Nur mal sollte Info Was solltest du vielleicht mal tun, weil da sind... Ah, drei Creeper! Drei Creeper! Da links ist noch, da vorne noch einer Auf jeden Fall die von meinem, äh, von meinem Beet weglocken, müssen wir Ich brauche übrigens vier Schläge mit dem Eisenschwert Oh! Boah! Scheiße Verdammt, hat er jetzt das Loch, ist ja mini Warte, ich hab genug Ich kann die Erde nicht einsammeln Warte Schnell zu meinen Kisten Da sind Zombies Geh kaputt Und da hinten ist noch ein Creeper Gut Der ist bei meinen Kisten Du gehst nicht in die Luft Nein! Nein! Meine Kiste! Scheiße Ich bleib mal weg am besten Das ist nicht so gut Halt mir die Monster vom Live, bitte Ja, aber es gab's versichert Haha, was für ein Noob-Skeletterl, Aua! Go, ja! Bin ich dran Oh, ey, Mann! Hm, wenigstens ist nix weg, hoffe ich jedenfalls Na super! So, sollen wir das jetzt machen, oder? Ja, warte Der war nicht mehr ganz ganz Du solltest unbedingt da mal ausleuchten Ja, ja, ich weiß Ok, also ein Diamant kriegst du von mir, ich hatte 13 Kannst du auch sehen, ich hab jetzt hier in meiner Kiste irgendwo wenn die sortiert wäre Da, da, da sind's Ich sehe sie nicht, da, 17 Also ich hatte zwei vorher Ich hatte zwei vorher Ja, nehm dir Ja, wenn's man Achso Gut Warum hab ich jetzt eigentlich 10 Shards? Äh, Minimum-Scherben, meine ich Egal Weil du ja vorher schon zwei Cup hast, oder? Ja, egal Dann hab ich die zwischendurch wahrscheinlich ein, äh, bekommen noch bei den Kämpfen So, ich hab direkt mal ein Minimum-Stein Musst mir nur erklären, was, wie das funktioniert mit einem Umwandeln Ja, einfach die Items da dran Da ist noch ein Creeper auf meinem Grund Oh, scheiße! Was denn? Zwei Creeper Und ein Skelett Und noch ein Creeper bei mir in die Luft gegangen Ich bin hier wieder falsch Selbst ich weiß jetzt inzwischen den Weg zu deinem Gelände Zu deinem Grundstück Ja, Lock die Creeper zu mir, ne? Ich hab irgendwie das Gefühl, das machst du jetzt wirklich Oh, ist ja die Luft gegangen! Das war auch noch beim Spawn, ne? Genau, ich sammel Erde ein, aber Ding nicht Glowstone das nicht Ey, gell, eigentlich könnte man ja das Glowstone da beim Spawn klauen Ja, ist ja egal Kannst du das wieder hin machen? Ja, warte Ich muss noch meinen Sound stopfen Ist eh eins zu tief Achja Achja Sachen gibt's, die gibt's gar nicht Ach, tuje Was war das jetzt? Geil jetzt Okay, was hast du kaputt gemacht beim Spawn Oha Hier ist kein Glowstone Äh, hier ist kein Glowstone Wie Glowstone? Ja, hier ist doch Glowstone kaputt gegangen Ja, ich hab mir den Glowstone Dust aufgenommen Ach so, ja den musst du schön wieder hergeben Ja komm, drei, da kann ich hier nichts damit machen Ja, stimmt Ist auch ein Jetpack glaube ich Ich glaub das reicht sogar schon Meine Güte Gut, ich leg's da rein Ach so, kann ich nicht verkaufen Hast du Keys? Nein Hast du zwei Marble? Nein Harte, hab ich Keys? Nein Hast du Leaves? Nein Hast du Vier Glowstone Ja genau, du brauchst vier Glowstone Ein bisschen Keys Neun Stück um genau zu sein Zwei Marble Und zwei von diesen Lampen Um den Spawn wieder zu reparieren Bist du dumm? Doch Das machst du im Ding im Creative Oder ich dann, aber nichts Warum? Was man in der Stadt kaputt macht, muss man auch wieder reparieren Ja, im Creative mach ich das dann Warum? Was heißt warum? Weil ich nicht mein Ding ja jetzt ein Erspartes darauf verwende Zu dumm? Hätt ich auch gemacht Ja sicher Wenn das nicht der Dings da im Creative gemacht hätte Mhm Doch Ganz großes Ehrenwort, wa? Ja Ich brauche einen Zaun Hast du einen Zaun übrig? Ja Ja Wirklich? Ja komm her, hol dann Okay Ich muss aber vorher noch was essen Was ein Glück, dass es die Diachest gibt, ey Ohne die wär ich echt aufgeschmissen, ey Weil die nicht kaputt gegangen ist, oder was? Ja, die ist nicht kaputt gegangen, aber da konnte ich da die ganzen Sachen direkt reintun Die kaputt gegangen sind Also, weil die Kiste kaputt gegangen ist halt Weiß, weiß, weiß man Ja, verstehe Ja, verstehe So, da haben meine Ofenkartoffeln, dann kann ich direkt wieder was essen Und dann komme ich zu dir und hole mir den einen Zaun Und ich würde sagen, dann hole ich mir nochmal ein bisschen Erde Äh Machst du auch zufällig Erde übrig? Ja, ich glaube ich habe noch 4 Stacks oder so Brauchst du doch sicher nicht, oder? Ich könnte jetzt 4 Stacks geben Okay Guck mal, hier hat auch jemand nicht das Loch ausgebessert Was bestimmt du? Hast du eigentlich einen Feuerstein für ein Feuerzeug? Ich habe 4 Feuerstein Das ist gut Sonst hätten wir immer noch nicht ins Nähte gekonnt So, da bin ich Müsste in Na, warte, da Danke Und wie viel Stacks Erde kriege ich? Achso, ja, stimmt, heute Da Danke Danke Kannst du übrigens deine Kisten sortieren, ne? Ja, ich weiß Mach ich dann Ne, gleich Ich will es jetzt ausnutzen, dass Tag ist und dass wir da sind, dass ich jetzt ein bisschen arbeiten kann Wir sind eh nur zu zweit auf dem Server, da können wir ja pennen gehen, wenn die Nacht wird Ja, trotzdem Oh, zu spät Jetzt nicht mehr Wenn man vom Teufel spricht, so Genau Drei Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Was bringen eigentlich diese Lilanen Blumen Lilanen Blumen, da kannst du Farbstoff draus machen Also dieses Ingot Wie das heißt Indigo Ja, da kannst du Farbe draus machen, glaube ich Also Hä? Na, ich hab mit mir geredet So So So, als hätte ich selber zwei Zäune übrig gehabt Oh, jetzt ist er wieder weg Das da, kommt da rein Das da, kommt da rein Das darf ich noch mit Ich hab auch zehn Schad Cool unda Mit Ohne Rosa Definitiv Ich glaube es wird Zeit für... Wie viele Minuten haben wir denn schon? 22 Machen wir 25 und dann... So, ich will den dann... Ich würde sagen nächste Folge gehen wir dann mal ins Nether, ne? Ja. Was gibt es eigentlich im Nether noch für andere Ohre? Oder... Ey, da hat jemand an meinem Grundstück was kaputt gemacht. Jetzt weiß ich, was der wegen Griefing meint. Da fehlt ein Zaun. Du glaubst, du hast jetzt zwei Zäune übrig. Ja, jetzt habe ich noch einen übrig. Also ich hätte deinen überhaupt nicht gebraucht. Da gibt es noch Nether-Oar. Und das sind die gleichen Ohren, die es hier halt normal auch gibt. Ich durf. Und... Kann es sein, dass man... Entschuldigung, wenn ich dich schon unterbreche, aber kann es sein, dass man... Weiß ich nicht. Äh... Wenn man jetzt Karotten gepflanzt hat, zum Beispiel, und dann drauf springt auf die Erde, dass die trotzdem drinnen bleiben? Nein. Weil bei mir ist das ganz so und das leckt nicht. Ja, wenn man nicht genau in die Mitte springt, bleibt das auch. Nein, nein, es ist normale Erde wieder, aber die Pflanzen bleiben trotzdem drin. Psss. Komisch. Genauso wie mit den Diamanten. Das ist ganz komisch. Was ist das da hinten? Warum ist da ein Nether-Stein in meinem Grundstück? Hm? 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 Ich mach das. Und ich setz grad meinen Zaun eins runter, damit das überall eben ehrlich ist. ein Computer. Machst du dir grad einen Computer? Ich brauch erstmal keinen. Ich mach eigentlich schon einen Computer machen. Da muss ich aber jetzt zuerst wieder das Programm nachschauen, mit dem ich... Also hab ich wieder vergessen. Ich weiß nicht, dass nur noch, wie das erste gang ist. Ja, mit Computerkraft hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Und das wird Nachtkommelsusammen gesetzt. So, haaaah! Unlustig. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Soll wir schlafen gehen? Hm? Machen wir so, dass... Wenn wir dann wieder aufstehen, ist die Folge zu Ende. Na ja, ich hätte so gemacht, dass... Naja, egal. Was denn sagt? Ja, dass wir während wir schlafen, dass wir abdrehen und dass die neue Folge dann beginnt, indem wir wieder aufstehen, verstehst? Äh, nee. Ja, okay, dann können wir ja jetzt... Dann leg dich jetzt rein und dann beende die Folge. Ja, das kann man ja dann irgendwie tricksen. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, tschüss, baba und tralala. Okay, tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020